Kann ich mir das Oberteil ausziehen oder was? Ich hab T-Shirt drunter. Also im Normalfall würde ich sagen gerne... Aua! Damit du mal siehst, wie so ein Schwein vor der Schlachtung aussieht. Oh! Iuuuh! Das war auch noch der Sauerkrautsaft. Ich hab Sauerkrautsaft über mich gelehrt. Weißt du, wie das stinkt? Yeah!